Im Zentrum des Universums, an der Grenze zwischen dem Licht und der Finsternis, steht Schloss Darkfels. Die Spielefestung. Jahrtausendelang hat der Meister der Spielefestung dieses Universum in Harmonie erhalten. Doch die Heere der Finsternis ruhen nicht und die Eroberung von Darkfels spukt ihnen beständig im Kopf herum. Denn jenen, die Darkfels kontrollieren, wird die Macht gehören. Die Macht, die Größten zu sein. Die Macht, allmächtig zu sein. Denn mit dieser Macht ist man Meister des Universums.